hallo meine lieben freunde und willkommen zurück auf dem kanal von bear and the bee und ich muss nicht lange labern ich bin der bär und ja ich wollte euch mal zeigen wieso ich generell so auf eskimo cowboy stehe oder wieso die mich einfach gecatcht haben und das haben sie spätestens mit crystals und ja für die die es nicht kennen genießt lean back in den joy sind bereit so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, dieses Lied stellt einen der Gründe da, wieso ich so auf Eskimo-Kolber stehe oder wieso mir grundsätzlich die Richtung von innen, dieses Metal-Core, grundsätzlich so gefällt. Mich würde aber viel mehr interessieren, was für eine Art Musik hört ihr? Ist es so eure Richtung? Seid ihr mehr sonst poppige unterwegs oder Hip-Hop? Wenn ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren, würde mich echt interessieren. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, dafür wäre ich euch dankbar und der Bär ist raus. Ciao.